Hallo! Hi und herzlich willkommen zurück bei Leon X und dem Club der Verrückten mit einer neuen Folge Starbound. Hallo! Hallo! Wo, ähm, wir wollten, wo wollten wir hin? A la Kaffee! Äh, Ocean Planet, aber... Ach stimmt, als nächstes bin ich dran. Ocean Planet, haben wir hier ein Sonnensystem? Ich werde jetzt erstmal ein Lager für uns bauen und am besten so ein Kühllager. Mhm. Da hätte ich nämlich Bock drauf. Ja, mach doch. Ich suche schon mal den geeigneten Planeten. Ja. Mach du das. Ich glaube, ich geh mal kurz zum Frosch, Mann, und schau, was er so hat. Ja! Spring! So, du kommst jetzt nicht mehr weg, du kannst nicht wegbiegen während wir reißen. Geld oder Leben? Na, ich kann dir kein Geld geben. Ich hatte sogar noch Wert, ich mich weggebiebt, hatte noch keinen Soundpick zu kompressen. Scheiße. Ich hatte mich während ich weggebiebt, hatte noch den Soundgarten leer und dass du mit deinem Schiff weggeflogen wirst. Obwohl ich schon längst weg war. Was ist das für eine Pups, Rocco? Auf Kürbis! Warte, Rocco, bleib mal so stehen. Und duck dich mal. Ich hab dein Haus hier angepupst. Boah, du Ferkel, sag mal. Das will ich sehen. Oh shit! Leute, wir haben drei Ozeanplaneten in diesem System. So gut. Ja, suchen wir so einen kleinen aus. Ja, den der am nächsten ist, würd ich sagen. Rocco! Hier, wie du pupst da die Krabbe an. Mach das nochmal. Ja, warte, 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 Moment. Muss ich schon vor die Krabbe setzen, ne? Die Krabbe muss auch stehen halten, dafür. Die Krabbe muss kooperieren, bleib stehen! Krabbe! So, please. Unicef! Help! Aber es sieht so gut aus. Okay, wir sind fast da. Mal schauen. Oh, jetzt bin ich wieder da? Ja. Jetzt bin ich wieder da. Das ist der Planet. Doch, wieso? Wie hier weit? Ja, weil der sich teleportieren kann mit dem Ding. Gesundheit. So, hier müssen wir runter. Ja. Und Mika baut er gerade das Lager? Dann schauen wir schon mal, ob er hier... Auf unserem Heimatplaneten allerdings, ne? Ja. Vielleicht finden wir hier schon geil. Oh, wie strunt. Von uns regnet. Wir müssen runter. Äh, Dorf. Warte. Ui. Atlantis, wo bist du? Ich geh runter. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ne, ich brauch'n Luft. Luft. Ich hab' sowas schon. Ich hab' das auch. Hast du das noch nicht? Nö. 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 Nö, 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 nö. What the fuck? Ich hab' da gerade nur... Oh, 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 oh. Ich hab' die riesigen Fische vergessen. Ja. Mit Leon, ich hau' mit drauf. Ja, schon zu spät. Ah, meine Maus will nicht wieder. Wir haben so einen Fisch, äh, hier, wir haben Atlantis gefunden. Schon wieder? Direkt? Ja. Instant. Echt? Warte mal. Warte mal, warte mal. Steh' davor. Können wir gleich schon direkt mit dem Scannen beginnen. Lol. Was für'n Luck. Ey, perfekt für die Aufnahme, weil ich's ein bisschen gar nicht erst lange suche. Sekunde, ich komme. Mach auf, mach auf, mach auf. Wir können erst auf, wir können. Mann, ey. Scheiß Tür. Jo, mich, da kann's nicht sein, gleich hinterher. Ja, ja, ich muss meinen Boss jetzt aber machen. Zwei Flaschen Alkohol. Hallo, Will. Nein. Nice. Hier ist'n, äh, Poster. My Little Pony Poster halt. Ähm, hier sind noch ein paar Chests. Ja, ja. Wie funktioniert denn die? Ja, äh, ne, 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 ne. Wie funktioniert denn das Ding? Ich kann's nicht abbauen. Scheiße. Bis gleich hab' ich auch. Wir müssen erst mal das Dingens da ausmachen, damit wir die Sachen können. Ja, den Hebel, genau. Wie fokussiert das Ding? Das explodiert nach einer Zeit erst. Oh. Ja, guck. Och, was macht ihr da? Ich hab' Granaten platziert. Komm, schnell weg. Komm, schnell weg, Ronco. Oh, schon direkt scannen. Ja. Ja, genau. Direkt scannen. Nice. Wahrscheinlich hier oben. Oh, hier sind Badesachen. Ach, da ist's. Ich will die Badesachen mitnehmen. Können wir nachher alle mitnehmen? Können wir nachher... Oh, erstmal, ich werde kaputt. Oh, ich will das Aquarium haben. Keine Sorge, wenn wir nachher den Hauptschalter umlegen, dann können wir ja alles klauen. Äh, äh, fänden natürlich. Allerdings werden wir dann auch gesucht. Jo, kann man. Danke. Oh, die... die Schachtel. Hier ist das hier. Die Schachtel noch. Den Brunnen. Und ich hab's schon wieder fast voll. Da ist schon wieder ein Cyborg. Ja, fast hab ich's noch nicht. Mein Gott, geht das noch langsam. Ich hab' auch's gemacht. Ja, nice, Mika. Wollen. Müssen wir auch noch Sachen scannen. Ja. Ich scanne einfach alles. Ich bin die Arcade und so mit. Jo, da hängt übrigens auch ein Bild von dir. Da sind gleich die ganzen Küschies mit. Ist die Arcade? Ah, das ist... Ja, hier. Das ist auch noch... Ach, da! Ich brauche noch relativ schnell. Ich brauche eigentlich schon nicht mehr ein Viertel. Ja. Damit man das auch noch scannen kann. Da. Rocco, oben den Schrank musst du scannen. Ja, Moment. Nee. 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 Da ist großartig. Da ist großartig. Ich gucke mal hier oben lang, obwohl hier geht's nicht. Aha. Ich hab auch noch so einen Japan-Bereich. Hier ist diese große Kugel. Hier ist noch was zum Scannen. Ja, stimmt. Hier in den Badezimmern ist ganz viel zum Scannen. Schönen wir dann. Oh, ich bin zweit runtergegangen. Ich hab alles voll. Mir fehlt noch ein Bücher, was. Hier bei den ganzen Bücherregalen. Ah, ja, stimmt. Glaub ich auch, dass es geht. Hier ist noch ein Plakat. Und Fall. Ja. Ging schnell. Das geht echt schnell, ne? Ich nehm mal die ganzen Truppen und so mit für... Ja, tu das. Kannst du das schon? Ich hab den Schalter ausgemacht, ja. Ach, cool. Rocco, wir können einsammeln. Wir können fänden. Ja, nee. So, die Lampe nehm ich da mit. Die ist schön. Ich bin die Kuscheltiere. Ich will die Betten. Die wollte ich auch haben. Teilst du das später mit mir? Ja, wir teilen. Lass dich nicht erwischen, ne? Ist egal. Ich meinte jetzt eigentlich Rocco. So, ähm, ich... Hier bei mir sind ganz viele Kuscheltiere. In der Arcade. Ich will die Duschen und die Abflüsse auch. Oh, den, äh, Dance Revolator. Den will ich auf jeden Fall. Die Kühltrü... Ja, die Kühltrü... Genau. Die Kühltrücke, die Kühltrücke. Ja. Er hat ne Quest, mach selber. Soll ich diese riesige Kugel mitnehmen? Kannst du machen. Dann können wir die irgendwo draußen als Deko nehmen. Ich hab nichts gefändet. Geh weg. Solange die dich nicht aktiv dabei sehen, ist alles gut. So, den Wasserspendern, den brauchen wir mit. Hier ist ne Muscheln. Das ist ein Gräber. Nein, den will ich auch nicht haben. Hier sind schöne Steine. Nein, 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 ich hab nur gefändet. Alles gut. Vor allem. Nein, nein, nein. Augenschess brauche ich auch nicht. Da. Lol. Okay. Hier sind schöne Lampen. Ich hab ne Idee. Na, ich hab gerade auch schon welche mitgenommen. Zack. War ich nicht. Ich bin mir keiner schuldbewusst. So. So. Ich bin mir keiner schuldbewusst. Wir dürfen natürlich nicht so viel fänden, weil sonst greifen die es irgendwann an. Ja, die dürfen du nicht dabei sehen. Ah, Mika, die haben nicht glaub ich gesehen. Oh Mist. Ja sie, nicht uns. Den krieg mal. Das Problem ist, greif dich eine Wache an, greif dich alle Wache an. Geil, das ist schon fast down. Oko, lass die mal schnell noch ein bisschen rum gucken, solange wir können. Wir müssen noch den Rest finden. Oh, ich will die Spielautomaten alle mitnehmen. Ich glaub ich hab nicht mehr in den Speicherplatz. Oh mein, der Wetter ist aber auch voll. Ich hab noch ein paar Arcade-Automaten und ein paar Plüschis mitgenommen. Oh Gott, auch die ganzen Plüschtiere mitgenommen. Ich hab eins. Is it safe now? Nein. 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 Ich hab dafür keinen Platz. Ich muss noch... Wo war denn das andere Lager? Ich muss noch die Chests nehmen. Mach mir ne Spielhalle. Eine eigene. Ich brauche jetzt ein Bild von mir. Okay, mit? Dann nimm dir das mit. Ich nimm's mit. Wo ist denn ein Bild von dir? Ich hab's. Gibt's da ein Bild von dir? Ja. Mhm. Also nicht von Florana, sondern von mir. Jaja, schon klar. Gebe ich den nachher. Moment. Moment. Ich brauch's nur kurz. Mhm. Aber ich würde den Brunnen da oben gerne mitnehmen. Weil da stehen jetzt auch schon Wachen. Dann lass' ich's lieber. Wenn sich das schon ziemlich gelohnt hat, werde ich jetzt gehen und das Lager weiter machen. Ja boah. Ja boah. Vielen Dank. Bitte gut. Ich hab' dir zuerst den Schwestern. Vielen Dank. Vielen lieb von dir. Riesenfisch. 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 Ah, da bist du ja leer. Ähm. Mika? Das Lager. Lass' mal... Aua! Großen Platz frei, weil ich hab' noch die Container eingesammelt. Ja ja, ich hab' auch noch zwei. Ja. Ja, Rocco, die greifen uns jetzt an. Und zack! Ja, ich muss was machen. Warte, ich will das Schwert testen. Da hast du. Boah, das Zeug verlangsamt die voll. Ja, richtig krass. Unvergiftet. Und ich hab' ja auch noch ein Giftschwert. Nice. Ich muss nicht nach den Hintergrund erstmal aus. Ich mein' ich muss scannen. So. Fast voll. Eins fehlt noch. Aber weiß der Geil, wo das ist. Ich hätt' gern' diese Musicbox. Weiß der Geil, oder weiß der nicht? Dann nimm' die doch mit! Ja. Oh ne, mit Stipp Rocco muss ich ja auch noch scannen. Ne, ich bin fertig will scannen. Echt? Achso, alles Rocco? Okay, stimmt. Ja gut, da hab' ich auch alles. Mir fehlt nur noch ein bisschen was. Doch, was ist das? Ich hab' die Musicbox. Ich hab' die Musicbox. Vielleicht scheine ich hier. Ist da oben bei den Gräbern was, was man scannen muss? Äh, nee. Wenn, dann hab' ich das schon befindet. Alter! Scheiße, Leon ist tot. Was war das für'n Schuss? Nehm' mich am besten direkt zu mir, Leon. Ja, mach' ich. Alter, der hat über 50 Schaden hinter der Sniper. Alter, der hat mich mit einem Schuss direkt gekillt. Ich hatte halbes Leben noch. Achtung, er ist auch hier wieder. Ich mach' ihn. Alter! Geh' mal zum Arzt, Junge. So. Wunderbar. Wunderbar. Du hast ja gut wieder. Ist gut. Ja, aber ich frag' mich jetzt was. Der Lampion, das nehme ich mir auch noch mit. Warte mal. Wo ist das letzte Teil, das man scannen muss? Das hab' ich immer noch nicht kapiert. Äh, hast du den großen Globus schon gescannt? Ja. Hast du auch schon, okay. Ähm, Leon, hier. In der Bücherei. Oder warst du noch schon? Ja, die ganzen Bücherregale. Genau. Die kannst du auch noch scannen dann. Ah ja, ich seh's. Ähm. Jetzt können wir die Bücherregale meinetwegen auch mitnehmen. Ich finde immer sehr schön als Dekoration. Besonders groß hier. Wollte auch noch so'n kleines, weil ich hab' noch hier ein paar Bücher meinetwegen. Da sind noch ein paar Bücher drin, ne? Äh, ja. War ich nicht. Was wollt' ihr von mir? War ich nicht. Garth, hä? Was wollt' mit dem? Es ist wieder mal mit der Lagen? Oh, die Porta Aulten. Oh, die Porta Aulten und dann geht's auch los. Das ist ja, da bin ich bei euch. Da bin ich bei euch an. Die ist wahrscheinlich schon alle leer gelootet. wie es sich für eine mika gehört ja wenn dann richtig wollte die dusche fänden die ist da draußen gegangen scheiße auch wenn wir sie beklauen ist immer noch meine rasse jetzt auch nichts mehr was ist das genau so ein vierbeiniges ist das die raupe das könnte die raupe sein das ist die raupe ach so die habe ich schon aber die kann ich dann auch mal mitnehmen kannst du einmal die mika schenken ja rocker hast du noch platz für das pokémon poster da mitnehmen report tech ich hab mir die brillance tief dass k zugriff schaukommach das war eine küche herauf Ja, ich hab keinen Platz. Ja, ich muss lachen. Vielleicht würdest du ja schon ein paar Baum-Templings gerade rauskmeißen. Ist jetzt nicht so schade. Mario, jetzt kannst du in den Runden drücken. Das ist ja klar, mein ich auch. Lol, oh Gott, die ganze Küche abgebaut. Hi, Fresschen, hi. Scheiße, ich bin zu klein. Um aus dem Loch wieder rauszukommen, Schatz. No, mei. Fress. Ja, ich stehle. Hast du ein Problem damit? Ich bin satt. Mach du sofort die Tür auf, du Penner. Das will ja mich einsperren, ey. Ja, und dann hab ich den Automaten geklaut. Mecker nicht. Du darfst mich rufen? Nicht. Okay, doch, witzig. Nicht Mecker, Mecker. So. Die Dinger sind geil. Das Hologram habe ich auch noch gegönnt. Und... Die Dinger sind doch vollkommen unnötig. Leon, oder? Hast du diesen Tür mitgenommen? Nein, auf keinen Fall. Versagen. Die ganze Tür habe ich nicht mitgenommen. Ich habe nur die hinteren Abflüsse weggebaut. Das ist nicht so gut. Ja, ganz ehrlich, die vorderen fangen schon alles ab. Was brauchen die dann die hintere noch? Habe ich Stufen? Ich habe Stufen. Ah ja, was hat der denn? Leon, stell dir das an. Guck mal, der zieht da oben. Loll! Was macht der da? WTF? Der backt sich immer runter und backt dann wieder hoch und... Der macht Kniebeugen. Ja. Der macht Breakdance, keine Ahnung. Das ist ja nichts interessantes mehr. Sniper Rifle, 22,2. Nice. Warte, pass auf. Da funktioniert er doch ohne die hinteren Abflüsse. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Lass den Bieber, du stehst. Ich... Du wirst... Du bist jetzt gegossen, was du jetzt oder nicht? Nein! Geh weg mit deiner Lanze! Nooo! Lass das Alpaka in Ruhe! Warte, warte einen Moment. Ich muss mal kurz pupsen. Geiler, mach dem Alpaka! Oh geil, wie sieht der denn aus? Ich sehe doch noch mehrere Köpfe. Oh, das ist der Rocco gesehen. Oh ja. Erinnert mich an The Forest. Jetzt hätte ich dich nicht so geil mit ner Giftwaffe auf Giftgegner zuhauen. Oh, Ananas. Feuerkrabbe. Kaka Tower. Kaka Tower. Mario, rush nicht so vor, das ist gefährlich. Bei Sakharash nicht so vor. Was macht der denn? Der sitzt wieder einen Schritt nach. So, ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Ich habe mein Holz. Was? Können wir zu Hause? Können wir zu Hause? Können wir zu Hause Palmen platzen? Wir haben den, den wir bekommen mit dem Thema. Auch Kokosnüsse. Und das Thema heute, was heißt heute? Ich und mein Baum. Ich und mein Baum. Ich und mein Baum. Mika und hier. Mika und hier. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe aus Versehen ein Potato eingesetzt. In so einem Felder. Das wächst nach. Das ist ja jetzt... Potatoes ist nicht da. Aha. Jetzt müssen wir neu pflanzen, das ist blöd. Die sind friedlich. Hallo Landhai. 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 Achso. Boah. Ach der Scheiße, das ist da los. Doch. Schurzbart, was machst du hier? Geht du den Weg? Doch, bisschen Sand. Für den Fall an der Fälle. Dass wir nochmal Glas brauchen. Gute Idee. Weg von unserem Grundstück. Warte. Gute Idee. Ganz vergessen, wie nice Giftwaffen jetzt da bei uns sind. Wat? Ist ein Schmetterling. Aber ich hab glaub ich keinen Kescher. Ich hab auch keinen Kescher. Schmetterling. Ich hab ne Hau. Ja, wow, wow. Ich hab keinen Schmetterling gesetzt. Darum hätte ich den Schmetterling mitgenommen. Mario, wie heißen die und kann man die mieten? Ja. Anders als sie. Anders als sie. Blutspuren im Schnee. Schmutzbart, du stehst wieder am Weg. Ich kann dich nicht schieben. Du bist so dick. Ja, dankeschön. Schmutzbart, du stehst wieder am Weg. Ich kann dich nicht schieben. Einmal. Einmal. Wenn wir einen späteren Relocator haben, dann muss er es. Zwungenermaßen machen. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, der Relocator ist dafür da, dass man so Tierchen und so andere der Lebewesen, dass man bis zu drei Stück darin sammeln kann. Ja. So kann man zum Beispiel auch Fische angeln und zuhause in einen Teich setzen. Ja, zum Beispiel. Aua. Aber das werdet ihr alle auf unserem gemeinsamen Kanal, dem Club der Verrückten, sehen. Wenn wir dann unser bisher gebautes, was wir im Privaten bereits schon gebaut haben, das werdet ihr dann alles sehen. Da macht jeder seine eigene Tour von dem, was er selber gebaut hat. Und ich kann euch jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Der Roku hat eine Achterbahn gebaut. Die tatsächlich funktioniert. Ziemlich gut sogar. Die hat mich schon mal getötet, aber sonst soll das... Ja. Nee, ich hab fast getötet. Nur fast, nur fast. Fast getötet. Das ist jemand eine gefährliche Achterbahn. Ja. Hat die eigentlich einen Namen? Meins, meins, meins. Äh, keine Ahnung. Die Krokodil. Die Krokodil. Die Krokodil. Die Krokodil Achterbahn. Nein. Nein, nein, nein. Einfach nur die Krokodil. Nicht die Krokodil Achterbahn. Das heißt ja auch die Black Mammon. Nicht die Black Mammon Achterbahn. Ja. Wie ich springen kann? Oh Gott, ich bin fast tot. Was denn? Wow, Alter. Ich hab grad noch meinen Lebensbalken gesehen. Guck mal auf meinen Lebensbalken. Ja, meiner war auch fast nicht beexistent. Die Bandagen heilen aber auch viel besser. Ja, das ist wahr. Vor allem heilen die instant. Ja. Oh, wie wünscht ihr mir jetzt noch einen Petball zu haben? Ich hab keinen mehr. Das Vieh ist großartig. Soll ich immer die Bananen tauschen? Aus Krokodil und Bieser Samen. Bieser? Ja, du musst dir vorstellen. So eine Art Bieser Samen mit dem Krokodilskopf. So ungefähr sah das aus. Und einen längeren Hals. Ich hatte keinen Petball dabei. Ich fahr mal rein. Natürlich muss halt die Palmen hier fällen. Hab ich auch Schussnahme pflanzen. Hab ich auch. Na, muss ich noch. Die Diodeas, die ich will aber auch nicht wirklich was auf. Mal besser als X. Müssen wir die Palmen hier mit. Oh, ich kriege da wohl. Ja. So, ich guck mir mal an, was Mika Bies jetzt fabriziert hat. Ja, komm ich gleich auch dazu. Nicht hier. Ein Küchen. Wir brauchen eine Küche. Rokko ist dabei. Hat eine gefunden. Ja, wir brauchen einen Raum. Eine Küche. Achso, okay. Hui, schick. Was? Wir brauchen eine Küche. Einen Küchenraum, ja. Einen Küchenraum. Nein. Die anderen beiden kannst du jetzt dazustellen. Warte ich gerade vor. So. Ich dachte, die könnt ihr vielleicht so ineinander stellen, aber das geht leider nicht. Oh, Scheiß. Hier hab ich vor... Kühlschränke. Überall Kühlschränke. Überall Kühlschränke. Und dann die Ecke nach oben drauf. Und dann der Runde. Oh. Weil auf meiner Runde... Ja, vier Ecken hab ich nicht. Ja. Kann jemand einen Sauerstoff-Tank? Äh, ich gucke. Und... Ich bin auf dem Ozeanplaneten, die sind doch diese Pflanzen, die man unter Wasser pflanzen kann, leider. Später nochmal schauen, wenn die fertig sind. Bumm, beziehungsweise ich kann doch die Saplings eigentlich mitnehmen. Das muss ja gehen. Sa-ta-ta-ta. So. Breathing-EP. Geht das farblich? Wichtig? Ach, geht eigentlich. Fangsten, Bar und Glas. Das geht eigentlich farblich. Ich hab ein paar Saplings mitgenommen. Können wir jetzt... Pflanzen unter Wasser anpflanzen. Boogie boogie. Fasane boogie man. Soll ich dir einen machen? Ja. Rocco kann nicht unter Wasser atmen, ist das Problem. Ja, gut. Dann mach ich mal ein. Tank-Suppe hab ich. Kann ich dir gleich zurückgehen? Ja, gut. Hey, Moment. Das wollte ich grad weggeben. Ich hätte auch noch was im Notfall. So, das und das und das. Ich hab 45 Tank-Suppe in Ohr. Wenn sie vorbei kommen, kriegen sie mich schnell. Nein, das ist ein Sigridatwärfer auf jeden Fall. Nicht hier. Leon, komm mal mit. Moment. Hi Leon. Hi. Hi Mika. Ähm, Mario? Ja? Ich hab noch was zum Lesen. Ah cool, ich komm zu dir. Mensch. Okay, doch hab ich schon gelesen. Danke. Meins! Ah, hab ich sogar schon. Das hatte ich noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Und das blaue Buch hatte ich noch nicht gelesen. Okay. Was kann ich für die tun? Blaue Buch. Das blaue Buch? Zuerst, ja. Es liegt auf dem Tisch. Nee. Doch. Jetzt. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Super. Ich, ich hab etwas gemacht und ich find's ganz lustig. Warte ich. Ich komm mal mit dir. Weißt du, was hast du gemacht? Ja. Oh. Hast du hingeschissen? Nein! Leila. Wo ist denn? Ja. Warte. Tut zu, es zieht. Hallo! Ach, schön! Ja, ordentlich. War doch ne gute Idee, den zu finden. So. Mario, legst du dich da oben schon wieder mit irgendwem an? Ja, mit der Katastrophe. Alter! Meiner! Komm her, du. So. Das war meiner! So egal ist das. Ich hatte den gesquertet, ja? Ach, der andere Kolonist hat sogar ne Quest. Rockolein, du musst nicht traurig sein. Hallo! Rockolein, du musst nicht traurig sein. Ach, danke. Warte, schön. Hast du das richtig ausgerüstet? Moment. Ja. So. Mauen wir noch ein paar Häuser dran und dann haben wir ne Siedlung. Ja. Auf jeden Fall. Hallo Supi? Ja. Mhm. Ich tue mal beim Bücheregal noch so ein paar Sachen, die ich noch hatte. Vielleicht fehlen die euch ja noch. Oh, jetzt kommen wir die. Das hab ich auch noch nicht. Das hab ich auch noch. Vielleicht fehlt dir das noch? Das hab ich auch noch nicht. Das hab ich auch noch nicht. Ja, cool. Ja, gerne. Rocko? Das hab ich auch nicht. Ja, Moment. Ich krieg an. Oh, mein Bücheregal. Nein, 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 ich krieg an. Nein, nein, ich krieg an. Nein, nein, ich krieg an. Oh, nein. Oh, nein. Aber irgendwer verhungert hier. Da bin ich keine Sorge. Das bin ich keine Sorge. Ja, das tanzt ein paar. Okay, danke. Bitte. Äh, haben wir noch was Platz auf dem Feld? Äh, nee. Dammit, das passt nicht. Ich hab nämlich noch zweimal, guck mal, Bananenstauden anpflanzt. Hm, ich hab auch extrem viel Rund. Das ist überhaupt nicht. Das wollen wir halt sortieren. Ja, Wasserpflanzen könnten wir jetzt auch rein theoretisch anpflanzen. Äh, dann müssten die hier unterm Feld vielleicht was machen, aber auf der Hand. Nee, das ist schon besser. Äh, ich überlege mir etwas. Äh, ich kann dir die Septiks gerne geben, wenn du möchtest. Ja, ja, ich muss mir was überlegen. Ich muss mal mein Badezimmer mal größer machen. Hast du hier unten schon geguckt? Hast du vielleicht noch, äh, eine Kühlschränke? Die eckig sind. Äh, schau ich gerade? Moment. Nee, muss ja bei Deko sein. Nee, leider nicht. Dammit. Boko? Hm? Ja? Hast du vielleicht viereckige Kühlschränke in deinem Tag? Äh, ich hab einen... Einen Runden hier? Äh. Wo sonst? Ich hab nur den hier. Da ist noch vier... Doch, das ist drunter, scheiße. Oh, der ist auch cool. Aber wenn du den behalten willst, dann kannst du den behalten. Weil ich super... Nee. Kannst du gern auch nicht. Okay, super. Jetzt mach ich... Ich mach immer die Türlöcher zu klein, ey. Weil... So. So, um den Bräder rauszudrinken. Unten. Hm. So. Warte, den Kopf. Dann verstaue ich den nochmal kurz bei mir. So, Aladin und die Wunderlampe brauch ich jetzt nicht unbedingt. Und die Wunderschlampe. Das heißt... ja, genau. Die Wunderschlampe, Entschuldigung. Tonogramm. Ach, irgendein Schüssig. Ich brauche... Oh, ich wollte kochen. Ich habe eine Vorstellung. Ich kann Kopfkopf machen. Aufs Lager ist echt gut geworden, bisschen. Das ist okay. Das ist klein, oder? Das ist okay. Das ist gut. Scheiße. Auf der Staubladung. Vielleicht sollte ich die Sachen nicht unbedingt über der Badewanne lagern. Wie kannst du denn dann Sachen in der Badewanne? Äh, die verflügt nicht in. Die musste schon irgendeinen Trank... ... finden. Ja. Ich habe noch eine Karotte. Äh, Mensch. Ach, die sind gerastet. Bringt da nix. Ich kann ja nur keins verbringen. Ähm... Reicht schon. Ich mach einfach so. Was? Okay. Ja, wunderbar. Ich habe noch ein paar Blümchen. Ah, ihr Spanner! Nein, nicht ihr, die Zuschauer. Obwohl, Mika, ich habe eine Idee. Ich will nicht bei dir spannen, danke. Nein, das... Och, du Pferkel. Ich mach mal das mal weg. Moment, Moment, Moment. Warte, ich habe eine Idee. Ja? Mhm. Ah, lol. Ich weiß, was du vorhast, aber dafür müsste der Kühlschrank leer sein. Wupsi! Nein, das geht schon. Warte. Warte. Liegt dahinter nichts. Ja, das wollte ich eigentlich auch füllen. Oder war ich... Ich muss hier noch durch. Warte! Ich stehe nicht rein. Ach ja, cool. Oh. So. So besser? Ja. Nein. Alles klar. Oder wir machen das so, wie ich das vorher auch immer gemacht habe. Wie ich das bei mir nehme. Nein. Nein. Warum nicht? Ich glaube, man kann auch die Runden übereinander stapeln, oder nicht? Nee, die Runden nicht. Deswegen... Push. Jetzt weiß ich nicht, ob da... Da ist nicht genug Platz. Dann warte. Warte, warte, warte. Dann tue ich... Du kannst doch noch eine Erdschicht oben wegnehmen. Nee. Stell den Runden da drauf. Ich habe auch eine Runde. Dann... Hast du eine Runde da noch oben drauf? Ja, Rocco. Stell mal deinen Runden. Jawoll. Wunderbar. Ja, nice. Erstmal hier das Fleisch rein. Ja. Aber hier die Sachen, die hier drin sind, in der Ringe, lassen die da drin. Weil das ist immer so alt. Wahrscheinlich brauchst du was zu füttern. Ja gut, das stimmt. Was ist das denn? Was ist das denn? Zwei... Was ist das denn? Zwei... Was ist das denn? Oh, Scheiße. So, jedem gehört ein Container und wem machen wir das? Das ist eigentlich egal. Wir können ja auch machen. Mal machen. Ja, weil jeder kann dann seine Möbel in einem Container lagern. Das fände ich nämlich gut. Ja, cool. Dann nehme ich den hier... den hinteren oben. Dann nehme ich den unter dir, Leon. Okay. Dann nehme ich den unten links. So. Okay, dann nehme ich den unten links. So. So, falls irgendjemand was lesen will, ne? Ja. Nein, da muss... Da muss... Da will ich eine Treppe drüber. Ach so, okay. Ja, den gerne ich. Da muss ein Fußball drüber machen. Über mir ein Blümchen rein, damit jeder weiß, das wird. Aber die Schalter kann ich noch nicht gebrauchen. Oh, da ist ein Ball drüber. Ja. Aber dieser Container ist echt groß wie der Schiffsspeicher. Ja. 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 Ist ja das Schöne. Ich muss... Ähm... Brauchst du hier mal zufällig ne Kasse? Ich hab zwei. Ah, okay. Das kommt so... Ich glaube, ich hatte gar keinen Platz. Du solltest langsam mal die Folge binden, übrigens. Da sind bestimmt schon wieder halbe Stunde dran am Zaubern. Ja, mein Bild. Ja. Ja. War ich im Knast? Ah, ne. Ich war ja mit einem Affen. Oh. Das ist ein bisschen. Wie der Schussfackel. Sag mal. So. Ich stell mal den Kürbis auf. Haben wir morgen so Halloween. Wir haben bestimmt ja richtig da morgen Halloween. Ja. Ja. Futsch ist der Futschetage? Nein, muss man das nicht. Wahrscheinlich den Kürbis da nicht draufstellen kann. Woll. Wisst ihr was? Dann stell ich den Affe hier drauf. Ich hab eine Idee von mir. Ist mir doch nicht vorher eingefallen. Baguette? Ich muss doch kaufen. Beim Frosch. Ja, muss ich auch gleich machen. Warte. 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 Na, ich hab eine Idee von mir nicht mehr. Ja. Was soll denn wir denn haben? Oh, Mann ey. Du bist die jüngste von mir sein. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe dafür auch die unspurtlichste. Einspruch. Ich habe mich raten abgelehnt. Übrigens, damit es noch mal feststeht, ich habe die anderen noch mal gefragt, was die von der Nugget-Challenge halten, die wir gemacht hatten, dass Optim und ich die Idee hatten, noch weitere Challenges zu machen. Und was war noch mal eure Antwort? Ist okay. Ja, kann man machen. Kommt auf die Challenge. Ja. Das klingt für mich wie für ein Ja. Was sagt ihr dazu? Also demnächst wahrscheinlich die weiteren Shows und Challenges, alle beim CDV wahrscheinlich dann. Ja. Wenn, dann da. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, Octai wird demnächst wahrscheinlich auch auf dem CDV erscheinen. Ab und ab. Ja. Ja, ähm. Das müssen wir überreden. Okay. Er scheint nicht, dass er da Mitglied wird, Orko. Achso, okay. Oh, keine Sorge. Bleib ruhig. Ab und zu, mein Gast. Ah, ich komme durchfällt. CDV-Futuring-Octai. Hier ist noch. Müssen wir dann auch zum Brotstuh passen. Rocco war schon mal da. Ja, da waren Mika und ich halt noch nicht. Ja, gut. Ich habe auch kein Interesse. Ich habe auch keine Zeit. Im Sinne von, ich muss PC. Ja. Nein, ist ja okay. War ja jetzt auch nur ein Witz. Na komm, dann machen wir den Brunnen einfach hierhin, bei der Kolonie. Wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause, bevor wir irgendwas noch machen. Ja, auf jeden Fall. Vergissen. So, also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen hoch und auch gerne ein Abo da. Schaut doch mal Mario, Mika und Rocco, die auch gerade irgendwo unten verschwunden sind. Und ja, dann sage ich auch mal, bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Alles Gute. So, hau so rein. Ciao. Ciao.